Ja, das habe ich mal rausgefunden, wenn man am schluss in den Vortexrotor reinkrusht, das reicht um das Ding kaputt zu machen und wenn das Ding kaputt ist, ist die Mission perfekt. Also... Alarm! The Vortexrotor has been destroyed! All units proceed immediately to the island port, secure the cache of artifacts at the base. Oh, my Sentinels! Gute Nachricht, sagst du, also da gibt es noch eine schlechte Nachricht. Hm, ne, eine schlechte Nachricht gibt es eigentlich nicht. Es gibt nämlich noch eine weitere gute Nachricht. Schau mal, was hier an Artefakten rumliegt. Ui! Wir haben hier zum Beispiel mal noch ein 2er blaues Kraftwerk, womit wir ein 3er draus machen können. Eine blaue 2er Kanule, womit wir eine blaue 3er kriegen. Moment, hier liegt doch irgendwo... Wir haben hier noch eine deutende neue Wegwerter. Das ist außerdem schön. Irgendwo hier liegt noch ein zusätzlicher Artefakt-Tragegürtel rum. Wir kriegen hier außerdem eine Artefakt-Tresse, also unsere eigene. Das müssen wir nicht mehr immer zum grauen Markt zurückkommen. So. Ich lage hier erstmal ein bisschen was. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Das müssen wir jetzt schon mal aufbauen. Ach. Jetzt stehe ich im Weg. Dann haben wir schon mal eine alte Verbedingung, die wir uns kümmern müssen. Das Ding nehme ich erst ganz am Schluss mit. Geschütztürme bauen wir auch erst später auf, weil sobald Geschütztürme oder Flugzeughangar stehen, werde ich angebildet. Eine WTF-Krasse? Und ein 2er Treffwerk. Und auch ein 2er Silo. Das heißt, wir haben ein 3er Silo. Wie praktisch. Also wirst du jetzt erstmal die Presse bauen. Dann kann ich zumindest mal ein paar Artefakte reinpressen und krieg ich mal los. So. Mein Kraftwerk steht hier zum Glück nur. Das haben sie mir nicht mal kaputt geschossen. Finde ich voll nett von denen. So. Dann machen wir uns mal unsere allererste blaue 3er Kanone. Dann machen wir uns mal unsere allererste blaue 3er Kanone. Dann machen wir uns mal ein 8er. Dann machen wir uns mal ein paar Riste. Wie machen wir das jetzt? Sie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ein blaues Dreierkraftwerk raus. Dann steht die Energieversorgung zumindest. Da noch ein Regen. So langsam haben wir hier wieder Platz. So, blaues Dreierkraftwerk und da merkst du schon, wie schnell die Energie nach oben geht. So, das Silo. Bauen wir hier hin. So, jetzt dürfen wir gleich ordentlich mehr Energie speichern können. Genau. Dann bauen wir den Wachtürmer als nächstes auf. Dann steht zumindest die Insel bis auf die Geschütztürme, Flugzeugkamera und alles Mögliche schon mal da so. 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 Ich weiß nicht, ich wollte hier runterspringen. Da unten gibt es nämlich auch noch was. Das ist doch Tabelsblatt, oder? Jetzt können wir schon sechs Artefake tragen. Das war ein Missbrauch. So. 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 Auf jeden Fall hier noch einen Einziger Sektor. Wenn ich da jetzt irgendwie hin komme. Gar nicht so einfach. So. So. Jetzt steh ich hier. Hier auch. Jetzt will ich mit unserer Meerkraft. So. So. Of course. So. Sonst haben wir ja keine Artefakten mehr zum Kumpel. Haben wir denn da drinnen noch Platz? Nö, haben wir gerade nicht. Jetzt Zeit, dass wir die Dinger auch mal auspacken. Jetzt noch mal rumschauen, ob wir noch was vergessen haben. Du hast sowieso keinen Platz zum Gürtel. Trotzdem, ich kann Kampfzauber da lassen. Ich habe immer noch die zwei von der ersten Insel mit den Skrids, da die Dinger halten ewig. Ich glaube, wir haben alles. Zum Anfang ist unsere Insel richtig gut ausgestattet. Die Artefaktenpresse steht da, wo meine rote 3er steht. Jetzt passt es soweit. Oder habe ich die schon mitgenommen? Ah ne, die ist da drin und passt. Die kommt mit, solange sie da liegt. Passt so. Dann kommt es mal weg. Auf für die nächste Mission. Jetzt wo wir unsere Insel wieder haben. Home sweet home.